Hallo an alle rechtsextremen Hentai-Freunde da draußen, wir sind wieder bei Trine 2. Soll das denn ja schon wieder heißen? Mit dabei sind die üblichen Übeltäter. In der rechten Ecke Zombie. Und in der rechten Ecke jedenfalls Zombie. Und mit dabei ist natürlich noch Vamp, die finden wieder Robstructor. Ja, und wir spielen jedenfalls Trine 2, sind im Fenstering Gehölz oder irgendwie so hieß die Ebene stehen geblieben. Und dann wollen wir mal gucken, was wir weiterkommen. Und ich glaube, du wolltest in der letzten Aufnahme mich mit diesen komischen Kisten wegkatapultieren einmal, Zombie. Ja, Sekunde. Komm hier rauf. Ja. Arschloch. Tschüss. Warum nach hinten? Kommt jetzt hier wieder Wasser. Warte mal, bis ich wieder mein Enterhaken verwenden kann. Warte bis ich mein Enterhaken verwenden kann. Wasser. Ja, damit hast du mich jetzt gerade eben kurzzeitig gebadet. So. Nehmen wir es ausprobieren. Ja, die Pflanzen müssen wieder wachsen. Guck mal, der Baum lebt. Der Baum lebt. Der Baum. Ja. Ist doch geil, wenn der Baum lebt. Leider kannst du jetzt nicht nur so rumwollen wie in Dings, ne? Was? In Loll. Ah ja, aber dann bearbeite ich den mal hier. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen. War lieber am Ranken gewesen. Hat noch nicht so die Riesenlust. Aber jetzt wo Karneval kommt, hatte ich mir gedacht. Jo, könntest du mal eigentlich gucken, dass du zu Karneval hin versuchst das hinzu bearbeiten. Karneval? Ja. Oder in Karneval eben dann, äh, das machen. So gar nichts mehr. Können wir da oben dran? Ja, kommt mein Tschüss. Man braucht mein... NEIN! Deine verbrauchen wir nicht. Okay. Okay. Cheers. Wait. Ja. Die Pflanzenleben. Ja, und dann, something's very wrong with this forest. Komm. Einfach so. Schalt Blume! Ich wusste nicht. Das hat eine Errungenschaft gegeben. Lasst euch auch fressen. Schalt Blume! Ja, ich hab die auch gekriegt. Ich wusste nicht, dass ich nicht mehr fressen muss. Ja, schalt Blume! Puh! Und ich wurde von dem nächsten Ding erledigt. Ich bin tot. Dankeschön! Wir sind schon mal wieder. Wow! Warum seid ihr jetzt alle tot? Weil wir gefühlt sind. Du nicht. Boah, sterb doch! Was lastiges Sieg! Wieder was lastige Explosion! Cheers! Warte mal. Äh, ich glaube... Ich muss mal grad gucken, wie ich hier wegkomme. Nach links! Nach links! Unten! Unten! Da! Ah! Ich bin schon wieder! Jetzt sterb nicht schon wieder direkt. Ich bin zu viele Feuerbäsche. Ja, dann... Wenn du jemanden bewegst... Alter, hier ist ja die Pflanze. Oh fuck! Äh, komm mal hier hoch! Was macht das jetzt nicht da drücken? Ich hab hier auch noch grad welche. Die sammle ich aber grad alle schön ein. Wow! Boah, Alter, wie viele Flash-pressende Pflanzen sind denn hier? Erst mal eine Fiola da unten. Mach nochmal die Kiste hier. Was soll ich mal sehen? Geht schon wieder kurz oder was? Die fette... Die Holzkiste, die ich nicht kaputt schlagen kann. Ich bin wieder gefressen worden! Ich bin wieder gefressen worden! Ich bin wieder gefressen worden! Was? Ich meine komm ich hier irgendwie vorbei? Hier ist so eine guanche Laterne hier, die werde ich nicht los. awhile gib mir grad schön den Weg. Ok, hier war irgendwie ein Health Potion. Warte mal eine Fiola. Wohoho, Gott! Ich brauch hier unten Hilfe Leute, hier zwischen den zwei Pflanzen ist da auch noch ne Viole. Oder warte ich sterbe, ist da in der Nähe ein Wiederbewegungspunkt zufällig. Na ja! Gott, okay, ich wurde auch gepressen, aber okay erst, ich hab's geschafft. Kann ich eigentlich die Pflanzen jetzt zerstören mit meiner Explosion im Sommer? Gott. Ja, was mit dem Pflanzen? Geht's zerstören, kann ich meine Explosion im Sommer. Keine Art! Toll, ich werde gepressen. Ja, interessiert doch keinen. Oh Gott. Ja, interessiert doch keinen. Du bist nur der Letzte, der gerade noch von uns lebt. Ah! Ah! Weh, du wirst doch nicht! Nein! Das interessiert doch keinen! Ah! Ich krieg's die ganze aus! Der Rechts ist auch noch wieder Überlebungsfug, ne? Nein, ich geh nach links. Das kommt hier wieder die Nazi-Witze von unserem Nigelrobs. Was ist da? Nee, aber die Aft, die wir noch nicht ins Restemilieu gedrängt werden. Also würd ich das dann auch lassen. Wo ist denn da? you say that it's all for the best to go today block wir müssen mal gucken ob wir uns zu zweit bewegen können kommt noch mal in mir ich lenke die ab und du springst dann auf meinen Pilz oder ich mach einfach so ich hab's geschafft ja weil die ich abgelenkt war weil die mich gepfressen haben pass auf du wirst du auch gut ja toll dann werde ich jetzt wohl sterben müssen wahrscheinlich rennen einfach rennen das ist mäßig Leute so was war das hoi 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 nein nö ich fall runter schon gestorben so ich hasse die ich glaub da brauchen wir mal einen Sturm haben ja ich kann ja auch mit meinen Feuerbogen das machen aber du bist gerade irgendwie ein bisschen leiser du musst das Spiel leiser stellen ähm sonst ich bin immer noch leise jetzt müsste es gehen ja aber jetzt vielleicht voll rum ja ok warte mal ich mach den Spielzaun ein bisschen leiser mal ja ich glaub das hat ja eh nicht gespeichert ich glaub das hat ja eh nicht gespeichert ich glaub das hat sich allgemein dafür gestellt wie ja irgendwie keine ahnung von sich aus moment vielleicht mal eben so so toll wir kommen ja aber irgendwann noch nicht ran und oben ist noch Wasser ja dann mach ich's kaputt ja das hilft dir jetzt auch ja hier musst du das hin A ох wo geht's dazu was ist es los äh ja ahja 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 Ah, also wir haben dich da gezogen. Ja, mhm, ja. Was machen wir hier? Springen. Ja, aber wieso bescheuert? Ja, natürlich. Controller ist geil. Gut, du hast die Affiliolen vergessen. Ja, ich seh die Affiliolen ja selber. Siehst nix, siehste. Natürlich seh ich was, Jung. Jung ist mein Spruch. Ich bin nur nicht blind. Jung. Mädel. Jung, komm auf. Der Wedel würde dir dann auch bestimmt nicht gefallen, wenn ich jetzt sagen würde. Wieder Verliebung? Wem. 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 Ach, renn doch nicht zurück, du bist so boring. Everything is boring now. Okay, was war mir irgendwie... So, wie machen wir das jetzt? Wer lenkt die Stanz ab? Ich könnte versuchen sie abzulenken. Wie viel. Der darf das nicht ablenken. Du. 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 Wuh. Geschafft. Was geht jetzt? Oh. Weiß ich auch nicht. Hä? Wieso? Nee, hä? Ich trau dieser Pflanze eigentlich überhaupt nicht. Kannst du oben das Ding bewegen, hier dieses Teil da? Da stehen wir blöd rum. Ja, ich warte eigentlich darauf, dass wir mal hier... Irgendwie... Äh, wie heißt das? Das bewegen kannst. Was ist das hier? Kannst du oben diese Wasser-Dings da bewegen? Diese Wasserleitung? Naja, klar kann ich dich bewegen. Ja, weil dann könntest du dieses Ding schon mal zum Spinnen bringen? Diese Waage? What the fuck ist das für ein Ding? Das ist so rum... Spackt. Shit, ich muss gucken, dass ich da irgendwie hochkomme. Uah! Ja! Bitch! Was willst du? Hier gibt's noch nichts mehr, oder? Nee, aber wir müssen gucken, dass wir auch wieder zurückkommen irgendwie. Läuft bei dir. Ich bin so ein leichtes Ziel, weil ich so fett bin. So, wir haben es geschafft. Also ich jedenfalls. Wie sieht's aus mit dir? Kommst du drauf? Moment. So. 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 Boah, hier richtige Grafikverbesserung. Hier. Guck mal. Haus im Wald. Ich fand das schön als Bild so im Hintergrund. Ja. Und seht mich erst mal wieder. Ohne mich gewinnt ihr den Fall-Fuki. Da oben rechts. Sind wir gerade nur dabei zu gewinnen? Komm! Komm! Überrasch! Haselnuss So, wie sollen wir jetzt da vorbeikommen? Einmal so machen, dann so machen und dann so drauf Ja du mit deinem Schuh hinterhaken Toll, man kann nicht hier hochklettern Viel zu P ist Natürlich ist der P Das ist schon ein Cheat hier Hast du ein Problem damit? Ja Wieso, du willst doch auch nur cheaten, gibst du Ne, ich will auch schon schwulen hinterhaken HENTERHAKEN HENTERHAKEN Jetzt tue ich schon wieder hier irgendwie Oh Gott, belebe ich wieder Nein Ihr seid doch scheiße Was ist das denn hier für ein Hebelchen? Guck mal der Baum Der beobachtet dich Der steht auf mich Ich wusste es Da bist du platt war Bei dem Gewicht wär ich auch platt Warte, ich mach mal kurz was So So Wunderbar Haben wir nicht ne Fiore vielleicht dahinten vergessen? Ihr seid ja so durchgerusht durch das Gebiet Nein, nein, nein Hey! Durch fast gar nichts durchgerusht Wenn du jetzt den Sprung schaffst, dann hasse ich dich ran Wut? Verdammt Aber ich mag diese Pflanzen überhaupt nicht Nein Nicht ganz So, was ist denn mit dem Platzen? Ja Leute Du mit deinen schwulen HENTERHAKEN Ne? Du musst dann nur nach rechts springen Du kannst den Sprung verlängern mit dem Sprint Das läuft bei dir aber auch nicht alles ganz nach rechten Dingen zu, ne? Ich kann dir hier nicht Und ich kann mir eine zweite Sprungplattform machen Ich traue denn das zu überhaupt nicht Lebe mich doch erstmal wieder Oh Gott Oh Gott Oh Gott Alter diese Pflanze, was fressen die überhaupt nicht? Salat Man findet keine Freunde mit Salat Man findet keine Freunde mit Salat Man findet keine Freunde mit Salat Ne, man macht sich keine Freunden mit Zellar. Oh, fuck. Oh, Gott, Alter. Scheiße, ich hab's geschafft. Da bin ich auf einmal tot. Kobolde, ich liebe sie. Der kippt mich. Ich liebe sie, der kippt mich. Boah, der kriegt jetzt nicht. Ich bin gerade vom Sperre getötet worden. Seit wann können die Sperre werfen? Du hast gleich auch von Sperren getötet. Nein, ich überspring sie nicht. Wieso passiert das nicht? Okay, warte, ich muss gucken, wie ich da vorne zu Dings komme. Da ist ein Portal. So. Du kannst doch die Leichen auch von den Gegnern nehmen, oder wie war das nochmal? Du könntest doch dann einen einfach mal verfüttern. Dann haben wir ein bisschen Zeitgewinn vielleicht noch. Will er nicht haben. Wie will er nicht haben? Kommt, Bewegung. Oh, Gott, der will echt nur uns. Ja, wir sind halt heiß und knackig. Der fette Arsch, ne? Ey! Ja, wir sind halt heiß. Ja, wir sind halt heiß. Ja, wir sind halt heiß.